Kapitel 2 der Vorlesung Information Retrievel Architektur einer Suchmaschine In der Softwareentwicklung bezeichnet die Architektur eines Softwaresystems seine grundlegenden Komponenten und deren Beziehungen zueinander. Die Komponenten sind eine Zerlegung des Gesamtsystems, sodass alle Softwareteile genau einer Komponente zugeordnet werden können. Eine Softwarearchitektur kann verschiedene Abstraktionsgrade haben, die man auch Sichten nennt. Für unsere Zwecke genügt eine recht abstrakte, funktionale Sicht. In diesem Kapitel wird systematisch gezeigt, was eine Suchmaschine macht und weniger, wie sie implementiert ist. In einer feineren Ausgestaltung der Softwarearchitektur einer Suchmaschine werden grundsätzlich zwei Ziele verfolgt, Effektivität und Effizienz. Effektivität bezieht sich auf die Qualität der Suchergebnisse. Die Suchmaschine soll ihren Zweck zur Zufriedenheit ihrer Nutzer erfüllen. Effizienz bezieht sich auf die Geschwindigkeit, mit der Suchergebnisse zurückgeliefert werden. Andere, sekundäre Anforderungen lassen sich üblicherweise auf diese beiden zurückführen. Skalierbarkeit zum Beispiel erfordert effiziente Umsetzung der einzelnen Softwarekomponenten. Oder der Wunsch, immer die zeitlich aktuellsten Suchergebnisse liefern zu können, erfordert, dass neue Dokumente effizient aufgenommen werden und dass die Suchalgorithmen sie als relevant für entsprechende Anfragen betrachten und damit die Effektivität steigern. Die hier vorgestellte Architektur ist nicht so weit entfernt von der, die die Gründer von Google 1998 in ihrem Paper The Anatomy of a Large-Scale Hypertextual Web Search Engine vorgestellt haben. Ausgangspunkt ist eine große Kollektion von Dokumenten, wie zum Beispiel das Web, sowie eine Person, die eine Frage hat, von der sie annimmt, dass Dokumente in der Kollektion die Frage beantworten können. Eine Suchmaschine implementiert grundlegend zwei Prozesse, den Indexing-Prozess und den Retrieval-Prozess. Das Ergebnis des Indexing-Prozesses ist der Index, eine Datenstruktur, die den Zugriff auf Dokumente auf Basis von Stichwörtern, sogenannten Index-Termen, erlaubt, die von den Dokumenten abgeleitet werden. Der Index einer Suchmaschine entspricht in seiner Funktionsweise dem Index am Ende eines Buchs, der es Leserinnen und Lesern ermöglicht, schnell an die Stelle des Buches zu springen, an denen die jeweils verzeichneten Wörter auftauchen. Warum ist es aus Ihrer Sicht notwendig, einen Index für eine Suchmaschine zu konstruieren? Pausieren Sie die Wiedergabe, bis Sie eine Antwort für sich gefunden haben. Der Index dient der Beschleunigung des Retrieval-Prozesses. Es wird vorausgesetzt, dass Nutzerinnen und Nutzer immer wieder Stichwörter in ihren Anfragen verwenden, die im Index verzeichnet sind. Der Index erlaubt damit den direkten Zugriff auf potenziell relevante Dokumente in Sekundenbruchteilen, statt zunächst sämtliche Dokumente nach Vorkommen der Wörter linear durchsuchen zu müssen. Wenn ausschließlich der Index verwendet werden soll, um relevante Dokumente zu suchen, welcher Einschränkung unterliegen dann die Anfragen für Nutzerinnen und Nutzer? Pausieren Sie die Wiedergabe, bis Sie eine Antwort für sich gefunden haben. Es können nur Wörter in Anfragen verwendet werden, die auch im Vokabular des Index vorkommen. Für alle anderen kann nichts gefunden werden. Die gesamte Architektur besteht aus einer Reihe von Komponenten, die in den folgenden Abschnitten motiviert werden. Im Indexing-Prozess sind das die Akquise, die Textanalyse und das Indexing selbst. Im Retrieval-Prozess haben wir Komponenten für das User-Interface, sowie die Aufbereitung von Suchergebnissen für die Darstellung, die Anfrageanalyse und Synthese, sowie das Retrieval selbst. Hinzu kommt die Evaluierung der Suchmaschine, die zwar nicht Teil der Software-Architektur, aber dafür notwendiger Bestandteil der Einschätzung der Effektivität und der Effizienz einer Suchmaschine ist. Ein Hinweis in eigener Sache. In den Abschnitten dieses Kapitels zeigen wir keine Methoden, sondern nur Ansätze zur Lösung der konkreten Problemstellungen der einzelnen Komponenten. Ziel ist, dass Sie eine Vogelperspektive auf Suchmaschinen und das Information Retrieval im Allgemeinen gewinnen und die wichtigsten Begrifflichkeiten frühzeitig erwerben. Sie müssen nicht jeden Lösungsansatz schon detailliert verstehen. Reif Reif Re historisches Reif Reif An